Das filmt. Das filmt. Was wir das in unserem Leben noch mal sagen. Das ist richtig komisch. So, da sind wir wieder. Das ist ganz komisch. Jetzt geht's los. Ich weiß gar nicht wann das letzte Video kam. Wir müssen halt vielleicht erstmal unsere Begrüßung sagen oder hast du wir etwas schon vergessen? Nee, ok. Jetzt steht okay. Hallöchen allerseits. Hallo. Ich muss das auch sagen. Das habe ich doch sonst nicht gesagt. Wir müssen was mal zusammensagen. Hallöchen allerseits. Ich bin total bescheuert. Guten Morgen, Frau Müller. Also, Mahlzeit. Wir sind wieder da. Was? Mahlzeit? Gut, wir sind wieder da. Wie wissen wir auch noch nicht so ganz. Wir haben uns gerade so... Wir haben voll motiviert so gesagt, ja, los komm, wir machen jetzt mal wieder ein Video. Und dann saßen wir jetzt hier so auf dem Sofa, kurz so vorm Kamera anklicken und so. Was sagen wir jetzt eigentlich? Das hat uns aufgefallen. Wir wollen unbedingt gerne wieder. Und wir wissen, also ich weiß, wir wissen auch, dass wir nicht ganz zu 100% so zurückgehen wollen, wie es früher war. Aber wir wissen auch noch nicht, inwiefern es anders werden könnte, sollte. Also wir haben so ein paar Ideen und es wird nichts komplett anderes. Also keine Sorge, es bleiben schon wir und auch so unser Familienleben und auch so die ganzen Themen, Fragenfreitage und sowas. Also Fragenfreitag habt ihr ja am allermeisten vermisst, was uns irgendwie freut, weil das ist irgendwie schon auch so ein Format, was immer Spaß gemacht hat. Ja. Und es wird auch auf jeden Fall bleiben. Aber vielleicht so ein bisschen eine Umstrukturierung. Ich weiß, das habe ich jetzt auch schon total oft gesagt, aber das ist auch ein Prozess, der sich entwickelt. Und ich glaube, so langsam geht es in eine ganz gute Richtung, was wir uns so vorgestellt haben. Weil wir haben, also ich habe dann so gesagt, naja, lass uns mal überlegen, womit haben wir eigentlich angefangen? Es ist mittlerweile ja schon fast sieben Jahre her, dass wir hier angefangen haben. Oder dass du hier angefangen hast. Sechseinhalb Jahre. Du warst die Schuldige. Ja genau, du wolltest ja eigentlich gar nicht. Nee, nicht, ich wollte nicht. Also du hast das nicht verstanden. Naja, weil das gab es nicht wirklich. Du hast dir eine Kamera genommen und hast dir den gesagt, das ist irgendeinen Quatsch erzählt. Oh Gott, ich kann mich noch erinnern, wie ich im Bett lag und alle Sekunden aktualisiert habe und so aufgeregt war, als der erste Klick auf mein erstes Video kam. Das ist echt verrückt. Und ich habe natürlich nie gedacht, dass das mal irgendwie was bringen könnte. Und wir sind ja, gerade wir Deutschen sind ja so, wir machen ja nichts, wenn es nichts bringt. Und deswegen hat mich das schon irgendwie unter Druck gesetzt und dann passierte da aber irgendwie was und dann war das ja doch irgendwie ganz cool, wie man glaube ich auch gemerkt hat. Und jedenfalls haben wir dann gedacht, okay, was haben wir eigentlich früher gemacht? Und es war ja immer so, dass wir zum Beispiel ganz jungen Eltern geworden sind und wir einfach mit unseren Videos, mit unserer Präsenz zeigen wollten, es geht auch anders. Das heißt also, das, was oft negativ dargestellt war im Fernsehen oder sowas von jungen Eltern und das auch, was uns vermittelt wurde irgendwie. Ja klar, wir wurden ja selbst damit konfrontiert. Genau. Und so nach dem Motto, ihr müsst euch jetzt irgendwie dafür rechtfertigen, jungen Eltern geworden zu sein und es passiert sonst niemanden und ihr seid blöd. Grundsätzlich ist ja eigentlich das Leben schon vorbei. Genau. Und zu blöd zum Verhüten und was weiß ich was. Und ja. Und dann haben wir festgestellt, hä, in der Realität ist es gar nicht so. Und wir wollten das halt einfach zeigen. Und mittlerweile machen das ja auch ganz viele. Und ja. Und dann haben wir gesagt, warum gehen wir da eigentlich nicht so ein Stück weit wieder hin? Weil ich glaube so vor einem Jahr oder sowas kamen ja auch regelmäßig Vlogs und sowas. Und das hat sich halt irgendwie so ein bisschen eingeschliffen und so ein bisschen auserzählt hatten wir das Gefühl, dass halt, ähm, ja es passiert und nicht mehr so ganz viel Verschiedenes und die Kinder machen jetzt nicht mehr so die Riesenentwicklungsschritte. Na gut, okay, Nidla ist ja eigentlich schon, aber trotzdem gab es irgendwie da so'n, so'n... Sättigungseffekt. Ja. Und auch irgendwie so'n, das Gefühl von, weiß ich nicht, also, als wäre da irgendwas, was mich daran gehindert hat, dass halt alles... Also ich, also ich weiß nicht, ja, also es stimmt schon. Es war halt irgendwie so dieses Gefühl, das haben wir ja jetzt eigentlich auch schon zigtausendmal bei allen möglichen anderen Leuten gesehen. Und ist das wirklich so berichtenswert? Und ja, dann ist der Tagesablauf ja im Prinzip auch sehr, sehr oft sehr, sehr ähnlich. Und jetzt natürlich auch noch. Und, äh, das... Deswegen hatte einfach so'n bisschen die Motivation gefehlt, halt was Besonderes zu filmen, auch wenn ich weiß, dass es nicht immer was Besonderes sein muss. Aber wenn man halt dann täglich an, an Videos sitzt, die im Prinzip alle gleich sind, dann, äh, verliert es auch irgendwie die... Ja, die, die... Die Aseinsberechtigung. Ja, also weil das Video von heute könnte auch ganz genauso das Video von vor zwei Wochen gewesen sein. Und wir wollten ja eigentlich immer mit dem, was wir machen, irgendwie Mehrwert schaffen für euch, die das sehen. Ich hasse eigentlich das Wort, aber... Mehrwert? Ja. Warum? Weiß ich nicht. Weil... Ja, aber es ist ja so. Im Prinzip ist Unterhaltung ja auch schon der Mehrwert. Ja, aber... Ja, aber in dem Moment, wo man zum Beispiel immer wieder dasselbe zeigt oder sowas ist, weiß ich nicht, ob das halt noch so'n großen Unterhaltungseffekt eben hat. Ja, stimmt. Ja, und in dem Moment, wo du selber vielleicht gar nicht mehr so jetzt dahinter stehst und selber nicht mehr so richtig weißt, Okay, was filmen wir jetzt hier wieder? Ja, und ich glaube, genau das hat man halt auch gemerkt. Und das habe ich sogar in den Videos über mich selber dann gesehen und hatte halt... Also, das ging einfach nicht. Das war wie eine Hemmung. Jo. Ja. So. Das war jedenfalls ein Punkt, warum keine Videos mehr kamen. Genau. Weil, glaube ich, einfach so'n bisschen der Inhalt gefehlt hat, den man hätte zeigen können. Das zweite war, dass ich in Elternzeit war und dass wir ja auch gerade so in den letzten Elternzeitmonaten für uns auch so gesagt haben, okay, wir machen uns jetzt mal keinen Stress mehr, fahren jetzt hier mal eine ganz ruhige Schiene und nutzen die Zeit hat wirklich für uns als Familie. Weil wir haben festgestellt, nach, keine Ahnung, acht Monaten Elternzeit oder so, huch, ist ja schon wieder vorbei fast. Und das ist uns echt irgendwie so voll überkommen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir ein bisschen was anderes machen. Ja, ich wollte, ich glaube, das habe ich auch noch gar nicht gemacht, so ein Fazit von der Elternzeit zu ziehen. Ich glaube, das habe ich sogar gefragt auf Insta, ob das jemand sehen will. Und alle haben gesagt, ja, unbedingt. Unbedingt. Kommt, mach ich. Machen. Machen wir zusammen vielleicht. Genau, aber das war jedenfalls der zweite Grund, warum jetzt nicht so viel kam. Einfach, weil wir sehr mit uns selbst beschäftigt waren und mal einfach uns. Ja, und vor allem, dass wir das halt auch genossen haben. Also es war wirklich eine ganz, ganz intensive Zeit, auch mit Nilas und den großen Geschwistern. Und dann kam ja Emil zur Schule und es war für uns dann wieder so ein Knackpunkt und wo man dann wieder so ins kalte Wasser geschmissen wurde und so realisiert hat, ey, krass, wie die Zeit halt echt rennt. Ja, das war, es ist ja für uns auch echt so eine Disruption gewesen irgendwie, weil, also ich war in Elternzeit, Anna arbeitet von zu Hause aus, die Kinder waren im Kindergarten. Wir sind jeden Morgen, haben wir keinen Wecker gestellt, sondern wir sind einfach von den Kindern irgendwann geweckt worden, haben dann rausgeguckt, so, okay, es ist hell, was machen wir, dann bringen wir heute die Kinder in den Kindergarten. Genau, und dann jeden Tag morgens neu überlegt, bringen wir sie heute oder bringen wir sie heute oder lassen wir sie zu Hause, machen wir irgendeinen Ausflug, machen wir zu Hause irgendwas Schönes oder bringen wir sie in den Kindergarten. Wie lange bringen wir sie in den Kindergarten? Wir haben total einen Tag eingelegt. Ja, es war so flexibel und es war auch total cool, fand ich. Also, aber dann kam halt so wirklich das absolute Gegenteil mit der Einschulung natürlich. Genau, weil Emil musste dann plötzlich jeden Morgen spätestens um 8. in der Schule sein. Ich bin seit September dann wieder regelmäßig zur Arbeit gegangen, neue Arbeitsstelle und so weiter. Und das hat halt schon dafür gesorgt, dass wir quasi unseren kompletten Alltag, den wir über ein Jahr so etabliert hatten, also der eigentlich gar nicht da war. Und der uns aber voll gut gefallen hat eigentlich. Ja, größtenteils. Ja, also ich meine so dieses zu sagen, heute haben wir Lust mit den Kindern irgendwie, was weiß ich, auf einen Abenteuerspielplatz zu gehen und dann zu sagen, okay, dann gehen wir halt heute mit den Kindern auf einen Abenteuerspielplatz. Aber es ist uns ja auch oft passiert, dass wir gesagt haben, wir versumpfen total. Ja, genau, weil man halt null Struktur mehr hat. Genau, und wir haben dann manchmal die Kinder irgendwie so weggebracht, dass wir dann, keine Ahnung, 3,25 Uhr oder so wieder hier waren in der Wohnung und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist schon wieder 3,25 Uhr, naja, komm, dann machen wir jetzt mal Mittag. Und dann, und die Tage sind irgendwie dahin geflogen, ohne dass man irgendwie was gemacht hat und nicht jetzt im Sinne von was schaffen und Ergebnisse zu produzieren oder so, sondern einfach auch, wir haben nicht so richtig erlebt irgendwie auch über den Tag. Und das war halt auch so ein bisschen, naja, so ein bisschen deprimierend irgendwie. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, gut, jetzt wollen wir die Zeit ein bisschen intensiver für uns nutzen. Und das war der zweite Grund, habe ich jetzt, glaube ich, schon fünfmal gesagt. Und der dritte Grund war dann, das haben vielleicht auch schon einige von euch mitbekommen, weil ich auf Instagram davon erzählt habe und es ist ja vielen aufgefallen, die uns immer wieder Nachrichten geschickt haben und sowas, weil ich so abgenommen habe und so, weil ich so dünn aussehe. Und ja, es ist tatsächlich so, ich habe innerhalb kürzester Zeit ungefähr 13 Kilo verloren und dachte eine Zeit lang, dass ich herzkrank wäre, dass ich irgendwas hätte am Herzen. Hätte man mal irgendwie so ein Stechen und einen Schmerz und dann hat sich das irgendwie ausgebreitet und dann habe ich mich dazu belesen, was das sein könnte. Und dann liest man natürlich, oh, pass auf, bei den und den Symptomen, wenn es in den Armen ausstrahlt oder sowas, dann könnte das ein Herzinfarkt sein. Und ich bin irgendwie in eine Situation geraten, wo ich mich da immer weiter reingesteigert hatte und mir natürlich auch starke Sorgen gemacht habe, weil es gab ja bestimmte andere Fälle von Mama Mulle zum Beispiel, die ihr Mann ziemlich früh verloren hat, der Kinder zurück, also Frauen und Kinder zurückgelassen hat. Dann von Julia und Christian beim Glückskind, wo Christian einen Herzinfarkt hatte. Und dann noch so ein paar andere Beispiele aus meinem weiteren Bekanntenkreis, wo ich quasi ganz oft irgendwie gesehen habe, Puh, es kann ganz schnell vorbei sein und was ist, wenn jetzt deine Familie plötzlich ohne dich irgendwie sein müsste. Und das hat mich irgendwie in einen Gedankenstrudel gebracht, wo ich die ganze Zeit nur gedacht habe, oh Gott, was ist, was wäre, wenn. Und ich habe mich mit allem möglichen Quatsch beschäftigt, habe mich in irgendwelche Foren eingelesen, habe mir die krassen Herzkrankheiten irgendwie, habe geguckt, was da so dahinter steckt und sowas und habe das da auf mich übertragen. Und ich bin schon immer so ein leichter Hypochonder, ja, also wenn irgendwo bei mir was wehtut, dann überlege ich halt gleich, oh, was ist das jetzt, weht es, dein Blinddarm raus oder hast du jetzt, weiß ich nicht. Also ich denke mir halt meistens nicht, oh, Kopfschmerzen. Bestimmt morgen wieder weg, gehe mal einfach ins Bett und schlafe mal, sondern ich habe halt Kopfschmerzen und denke, okay, wo ist der Kopf, was könnte das sein, hast du jetzt irgendwie einen Tumor oder sowas. Also so ist das halt schon immer bei mir, aber nie so doll ausgeprägt. Und diesmal ist das halt wirklich irgendwie krasser geworden. Und nicht nur in dieser Hinsicht, sondern eben auch in allen anderen Sachen. Also ich weiß, dass ich dann zum Beispiel, wir haben uns unterhalten, ja, wie machen wir das jetzt eigentlich so verhütungsmäßig in nächster Zeit, ja, nachdem Nils da war. Und ich kann mich erinnern, dass ich halt gesagt habe, ja, also ich hätte auch kein Problem damit, mich sterilisieren zu lassen, weil ich will eh kein Kind mehr haben, weil ich kann ja in diese Welt kein weiteres Kind mehr setzen. Und oh Gott, was tun wir eigentlich unseren Kindern an damit, dass sie in die Welt kommen und sowas, weil ich halt nur irgendwie noch Drama und Weltuntergangsszenarien und ganz schlechte Sachen in mich reingelassen habe oder sowas und habe mich da total drin versteift. Ja, und dann bin ich irgendwie von Arzt zu Arzt gegangen und niemand hat das gefunden. Und das Ganze endete damit, dass wir im Urlaub an der Ostsee, den ich auch irgendwie so null genießen konnte, weil ich permanent nur mit mir selbst beschäftigt war und permanent darauf gewartet habe, dass ich gleich zusammensacke und einen Herzinfarkt habe, dass ich dann im Urlaub mich von meiner Mutter habe ins Krankenhaus fahren lassen, weil ich dann felsenfest mit Überzeugung war, ich würde jetzt einen Herzinfarkt haben. Und ich saß im Auto und habe wirklich überlegt, schafft ihr das jetzt noch von Dänemark über die Grenze nach Flensburg ins Krankenhaus? Und dann war dort ein Arzt, der mich ganz ruhig und akribisch und genau untersucht hat. Ja, aber du sagst das so harmlos, das war halt echt Drama. Ja, in dem Moment war es Drama. Aber wenn man das jetzt mal rein objektiv betrachten würde... Ja, aber du hattest Schmerzen, dir ging es richtig schlecht und du hattest einen Blutdruck und Puls von was? 180 zu irgendwas. Also nicht nur, also es war tatsächlich so. Nicht nur, dass du dachtest, du hättest vielleicht hohen Blutdruck. Nein, das sind ja psychosomatische Erkrankungen, die machen ja tatsächlich Dinge. Also die sorgen dafür, dass dein Puls steigt und so weiter. Ja, es klang jetzt nur so, als wäre das gar nicht so gewesen, aber es war ja so. Ja, es war so, aber es ist halt selbst produziert. Ja, aber trotzdem... Und ich stand dann halt da beim Arzt und er hat Blutdruck gemessen und hat mich abgehorcht. Er hat gesagt, boah, das hämmer ja wie Sau und sowas. Und dann hat er gesagt, da müssen wir jetzt mal ein EKG schreiben. Und in dem Moment, wo ich dort lag, wo das EKG geschrieben wurde, war das alles weg. Ja, es war wirklich wie weggeblasen. Und dann guckt er mich so an und sagt, ist jetzt besser? Und ich sage, ja, irgendwie ist es besser. Und dann hat er nochmal Blutdruck gemessen und es hatte sich alles normalisiert. Und dann hat er angefangen, mit mir zu reden und so hat mich gefragt, wie ich denn darauf komme, dass ich irgendwas im Herzen haben könnte. Und ich habe ihm die Symptome geschildert. Und er hat gesagt, ja, aber du bist eigentlich viel zu jung, um was im Herzen zu haben. Und dann habe ich erzählt, halt von dem, was ich eben auch schon erzählt habe, von Tim und Christian und sowas. Und dann habe ich erzählt vom Autounfall, den wir hatten im April, wo uns nichts passiert ist, aber wo eine Menge hätte passieren können und Auto von der Schwiegermutter kaputt gefahren und keine Ahnung was. Und er sagte dann, hat sich ein bisschen was angestaut. Könnte das vielleicht sein, dass da in deinem Kopf vielleicht was arbeitet und das irgendwie raus muss und dein Körper zeigt dir das jetzt vielleicht irgendwie. Und er hat gesagt, du brauchst keinen Kardiologen oder keine Ahnung was. Du bist gesund, sondern du brauchst einmal irgendwie jemanden zum Sprechen. Du musst mal ein bisschen über das reden, was dir so durch den Kopf geht. Und dann hat er mich gefragt, mit wem bist du denn hier? Bist du allein hergefahren oder so? Ich sage, das ist ja meine Mutter. Und dann hat er gesagt, ja, dann hol mal deine Mutter. Dann kam dann meine Mutter als meine Erziehungsberechtigte quasi mit. Ich stand da wie so ein kleines Kind. Das kam mir natürlich auch doof vor, weil meine Mutter hat mich ins Krankenhaus gefahren. Ich lag im Auto und dachte, ich sterbe gleich. Dir ging es auch richtig schlecht. Und dann war ich da irgendwie eine Stunde im Behandlungszimmer. Komm wieder raus und gucke um die Ecke und sage, Mama, du sollst mal kurz zum Arzt kommen. Und lache so, wie ich jetzt lache. Und natürlich ist das auch für sie irgendwie ganz komisch. Und dann hat er halt gesagt, der Junge, man braucht mal einfach ein bisschen Unterstützung und sowas. Und ja, damit habe ich mich dann erst mal abgefunden und dachte, okay, gut, das klingt ja alles soweit, ist ja eigentlich ganz gut. Und er hat mir versichert, dass ich in den nächsten paar Tagen nicht am Herzinfarkt sterben würde. Und dann war das auch erst mal wieder besser. Aber die Symptome gingen halt nicht weg. Und ich habe mich permanent trotzdem immer noch irgendwie mit negativen Sachen beschäftigt. Das heißt, ich erinnere mich daran, in Dänemark, da waren wir irgendwo mitten in der Pampa. Und du hast aber trotzdem in Dänemark irgendwie alle paar Kilometer, da gibt es irgendwie wirklich so ein Netz, wo das abgedeckt ist. Es gibt alle paar Kilometer so ein Defibrillator, der überall hängt in der Öffentlichkeit. Und ich ertappe mich oder ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich mit totaler Panik zum Beispiel zum Strand gegangen bin. Weil ich dachte, was ist, wenn du jetzt hier am Strand ein Herzinfarkt kriegst? Die Frauen, also meine Mutter, meine Oma, Anna und so was, die wissen doch gar nicht, wie die Adresse hier ist, wenn die jetzt auf Dänisch irgendwie einen Rettungssagen rufen sollen. Das funktioniert doch alles nicht. Und mein Kopf hat die ganze Zeit Bilder produziert, wie ich dann da irgendwie am Strand vor meiner Familie sterben würde. So, und dann habe ich gesehen, da hängt so ein Defibrillator. Und in dem Moment war das besser. Weil ich dachte so, okay, gut, hast ein bisschen Sicherheit. Weil wenn du jetzt hier liegen bleibst, können die wenigstens den Defibrillator machen. Und da können sie auch nichts falsch machen, weil der macht das ja alles alleine. Das ist total bescheuert, total blöd. Und dann habe ich durch Zufall, wurde mir bei Facebook, als ich irgendwann nachts mal wieder da saß, nicht schlafen konnte und überall angeguckt habe, hat mir Facebook so einen Artikel vorgeschlagen von jemandem, der unter Panikattacken litt. Und der das dann auch so beschrieben hat. Und der hatte genau sowas wie ich. Und dort ging es dann quasi genau in die Richtung, die ich dann auch eingeschlagen habe. Nämlich mehr und mehr anzuerkennen, dass es wahrscheinlich tatsächlich psychosomatisch bedingt ist. Es gab dann noch ein paar andere medizinische Untersuchungen, bei denen überall nichts rauskam. Du hast ja eigentlich alles gemacht. Ja, es wurde wirklich so gut wie alles untersucht, was man irgendwie machen konnte. Das hat mich auch jeder tatsächlich sehr ernst genommen. Und eher sogar ein bisschen zu ernst, weil ich war dann irgendwann tatsächlich auch bei meiner Elternistin und habe gesagt, was halten Sie davon, wenn ich mal irgendwie eher in die psychologische Richtung gehe. Und die hat gesagt, nee, vorher möchte ich wirklich alles abklären, weil es auch nichts Körperliches ist. Von daher wurde ich an vielen Stellen wirklich ernst genommen. Das Ganze hat aber wirklich dazu geführt, dass ich auch beispielsweise mich kaum mehr wirklich wegbewegt habe. Also ich habe wenig mit den Kindern unternommen, aus Angst, es könnte irgendwas passieren und dann sind die Kinder irgendwo alleine und ich klappe da irgendwie ab. Ich habe keinen Sport mehr gemacht, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, irgendwie damit mein Herz zu überlasten oder sowas. Ich musste erst schwarz auf weit haben, dass mit meinem Herz wirklich nichts ist, damit ich auch mit Sport zutrauen kann. Das Problem ist, je weniger man macht, desto weniger ist natürlich auch das Herz auf Bewegung und sowas ausgelegt. Desto weniger ist man trainiert und desto schneller bringt dann sowas natürlich auch aus der Puste. Und wenn ich dann wieder versuche, darauf zu achten, bringt mich das jetzt irgendwie aus der Puste, wenn ich jetzt einen Einkaufskist hoch trage oder sowas? Ja, na klar bringt es mich aus der Puste, weil ich halt immer weniger im Alltag gemacht habe und immer weniger Leistung bringen konnte. Also es war so ein Teufelskreis, in dem ich drin war. Und nachdem ich mich dann nach und nach so damit befasst habe, war ich dann auch bei einer Therapeutin mal, die einen zugegebenermaßen sehr alternativen Ansatz hatte. Aber es war gut, es hat mir erst mal geholfen, mich weiter damit zu beschäftigen. Und ich jetzt so rückblickend betrachtet, muss ich sagen, jeder, mit dem ich irgendwie zu tun hatte in dem Bereich, egal ob das Anna war oder ob das die alternative Therapeutin war oder ob das der Arzt war in Flensburg oder wer auch immer, alle waren halt irgendwie so ein bisschen daran beteiligt, das Puzzle in meinem Kopf zusammenzusetzen, wie ich da irgendwie rauskomme. Und dann habe ich Bücher gelesen, mich ganz viel damit beschäftigt, wie sowas zustande kommt und habe dann irgendwie gesehen oder festgestellt, dass ich das eigentlich schon seit einiger Zeit mache. Aber, also, ihr müsst euch das so vorstellen, je mehr negative Sachen wir in unseren Kopf lassen, desto mehr entstehen negative Verbindungen im Gehirn. Und alles, was dann auf uns einströmt, verknüpfen wir automatisch mit den negativen Verbindungen. Ich habe das vorhin schon mal Anna so erklärt, wenn jetzt Juna zu mir kam und sagt, boah, Papa, hier am Strand, da ist es so schön, ich liebe das total, hier zu sein. Juna ist ja so vom Typ her, die sagt sowas. Und dann saß ich halt mit meiner kleinen Tochter am Strand, das ist die schönste Situation, die man sich vorstellen kann als Papa, und gleichzeitig sitze ich aber da und sage, ja, Juna, da hast du recht. Aber innerlich denke ich mir, in 10 oder 15 Jahren ist ja alles überflutet, weil Klimawandel, weil steigender Meeresspiegel, weil keine Ahnung was. Oder ich denke mir, bis dann haben wir uns sowieso alle die Ohren weggebombt oder was weiß ich. Also egal, wie schön irgendetwas ist im Leben, ich habe das immer mit etwas ganz Negativen verknüpft. Ja, wenn es jetzt zum Beispiel darum ging, wie verhüten wir in nächster Zeit oder so, ja, da spricht man ja eigentlich über schöne Sachen, also über Sex, über vielleicht nochmal Nachwuchs oder sowas, also eigentlich schöne Dinge, wo ich dann gleich gedacht habe, nee, eigentlich können wir das nicht machen, wir können eigentlich nicht miteinander schlafen, weil dann könnte ja ein Kind dabei rauskommen. Und oh mein Gott, was tue ich da mit Kindern an und das können wir doch nicht machen. Und ja, also mir hat quasi ganz oft so einfach Hoffnung gefehlt und so. Und ein Lösungsansatz ist dabei eben nicht zu suchen, okay, wo kommt jetzt diese Störung irgendwo her, sondern eher positiv nach vorne gerichtet zu gucken und zu sagen, wie schaffe ich mir jetzt wieder positive Strukturen im Gehirn, dass ich tatsächlich das, was Gutes ist im Leben und das, was man wirklich als schön und hoffnungsvoll wahrnehmen kann, tatsächlich auch wieder so wahrnimmt und für sich zulässt. Und ja, dann habe ich da nach und nach so dran gearbeitet und ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. Also jedenfalls geht es mir deutlich besser. Ich habe ein ganz anderes Körperbewusstsein mittlerweile. Ich habe das immer noch ab und zu, dass mal irgendwas komisch zieht oder so, aber dann teilweise lache ich sogar drüber, weil ich mir dann so denke, was denkt sich denn mein Körper jetzt schon wieder aus, was ich irgendwie haben könnte. Weil es ist auch nicht so, dass ich immer dasselbe Symptom habe, sondern es ist so wandernd. Also ich habe das Gefühl, wenn mein Herz kurz sticht und ich dann so denke, oh, das war jetzt das Herz. Eine halbe Stunde später ist das dann irgendwie hier oben in der Schulter und eine halbe Stunde später ist das dann irgendwie im Magen und eine halbe Stunde später schnürzt es mir die Kehle zu und eine halbe Stunde später ist es wieder irgendwas anderes und dann tut der Arm weh. Und es ist aber nie wirklich so richtig, so richtig, richtig schlimm. Ich hatte bisher nur zwei Situationen, wo ich wirklich dachte, jetzt stirbst du. Das ist einmal im Auto auf dem Weg nach Flensburg zu meiner Mutter und einmal, als ich von einem Seminar wiederkam, welches ich selbst gegeben habe, ich war quasi auf dem Arbeitsweg und ich bin auf der Autobahn gefahren und plötzlich kam genau dieses Gefühl wieder, was ich auch bei meiner Mutter im Auto schon hatte. Und ich saß unter dem Steuer und habe überlegt, okay, was machst du jetzt? Gibst du dich jetzt der Angst hin oder ist das jetzt tatsächlich was Körperliches oder legst du es jetzt einfach drauf an und fährst weiter? So volles Risiko. Und ich habe das gemacht und fünf Minuten später war es vorbei. Und ich glaube, dadurch konnte ich irgendwie meinem Unterbewusstsein nach und nach zeigen, ja, weiß nicht, dass ich irgendwie hier der Chef bin und nicht das Unterbewusstsein, was mir die ganze Zeit irgendwas einreden möchte. Und ganz viele Leute, die Therapeutinnen oder so, die haben mich immer gefragt, ja, seit wann hast du das denn? Was könnte denn der Auslöser sein oder die Ursache und so? Und mir sind zwei Sachen aufgefallen, nämlich entweder der Autounfall, der ja aber eigentlich soweit abgeschlossen ist, woraus wir jetzt eigentlich keine negativen Konsequenzen in irgendeiner Weise haben. Eher sogar im Gegenteil, also eher sogar, ich bewege mich jetzt total bewusster im Alltag, ich fahre anders Auto, ich denke mir einfach ganz oft, komm, jetzt kannst du unter dem LKW herfahren, brauchst du jetzt nicht zu überholen oder sowas, weil ich denke mir, ist doch scheißegal. Und das Dritte, oder nee, Quatsch, das Zweite, woran ich es festmachen könnte, ist halt, seitdem ich weiß, dass ich, seitdem sie abgezeichnet hat, dass ich nach der Elternzeit quasi nicht in meinen alten Job zurückkehre, sondern was Neues mache. Und das war wohl für mich total komisch, weil ich wusste, das ist ein Job, der mir total liegt, den ich total gern machen möchte, der mir total Freude bereitet. Und so ist es jetzt auch. Und genauso ist es auch mit allen anderen Sachen. Also ich habe zu dem Arzt auch gesagt, ich habe doch nichts. Ich habe doch irgendwie nichts Negatives in meinem Leben. Ich habe drei tolle Kinder, ich habe eine wunderbare Beziehung, ich habe eine wunderschöne Frau. Ich habe, weiß ich nicht, es läuft doch alles. Und ich habe das nie verstanden, was da nur wirklich Negatives dabei sein muss. Und ich glaube letztendlich, dass das irgendwie so ein Reflex war, der mich vor Veränderungen irgendwie schützen wollte und so. Und der diese ganzen positiven Dinge, die sie getan haben, während dieser Veränderung eben immer mit dem Negativen in meinem Kopf irgendwie verknüpft hat. Ich hoffe, dass es jetzt irgendein Jugendlich ist. Ich habe mich jetzt zutage verquatscht. Ich wollte hier gar nicht so viel erzählen. Es war alles gut. Jedenfalls ist sowas scheiße. Und viele Leute haben das. Und so viele Leute haben auf Instagram unter dem Post dazu geschrieben, dass sie das auch haben. Und wie toll sie das finden, dass ich das in der Öffentlichkeit mache. Und das war aber so gar nicht meine Absicht. Also ich wollte jetzt nicht sagen, hey, keiner spricht darüber und jetzt mache ich das mal oder so. Sondern ich wollte es halt einfach, erstens wollte ich es mir von der Seele schreiben, zweitens wollte ich, also ganz egoistisch gedacht, zweitens wollte ich irgendwie, na gut, wollte ich das schon irgendwie sagen, dass ich glaube, es wird oft totgeschwiegen. Weil ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, habe erklärt, was ich habe. Und die sagen, ja, sowas ähnliches hatte ich auch schon mal oder so. Und kaum einer redet aber drüber. Und das Dritte ist, dass, glaube ich, so viele Leute noch gefangen sind darin, dass sie eben denken, ja, das ist vielleicht doch irgendwie was Körperliches. Und dann total Angstbestimmt eben immer von einem Termin zum anderen gehen. Teilweise machen das Menschen über Jahre hinweg. Und ich glaube, viele haben einfach Angst davor, das als psychische Erkrankung irgendwie anzusehen. Weil psychische Erkrankungen, weil uns ganz oft so verbunden werden mit geisteskrank und total Banane und weiß ich nicht. Obwohl es ja nicht so ist, sondern das kann einen genauso erwischen wie eine Erkältung. Und das habe ich halt jetzt erfahren. Weil vorher hatte ich das auch nicht. Und ich war eigentlich, glaube ich, nie wirklich so ein negativer Mensch. Eigentlich überhaupt nicht. Und während ich das aber so hatte, war ich irgendwie da total gefangen. Also ich konnte nicht mit meinen Kindern durch den Wald toben. Wenn die gesagt haben, Papa, wollen wir ein Wettrennen machen oder sowas, dann habe ich gesagt, nee. Bei Unterbewusstsein hatte ich Angst, dabei zusammenzuklappen, weil mein Herz das nicht aushält oder irgend sowas. Es grinst dann halt, also es beeinflusst halt das komplette Leben. Also nicht nur dich selbst, sondern auch so uns als ganze Familie. Man hatte halt einfach wirklich die ganze Zeit andere Sachen im Kopf. Ja, und bei dir war es ja auch immer so. Du hast mich dann auch immer gefragt, was ist denn jetzt, geht es dir nicht gut oder so? Naja, weil man macht sich halt permanent Sorgen. Also man steht ständig unter Spannung. Weil du, du für dich merkst natürlich, was los ist. Aber wir von außen halt nicht, wir sehen, da ist irgendwas, aber wir wissen nicht, was. Und das ist halt extrem schwer einfach. Und das ist halt eben auch der Grund, warum man sich dann nicht noch zusätzlich im Alltag damit beschäftigen will, müsste ich jetzt vielleicht mal was filmen? Oder eigentlich müsste ich jetzt mal wieder ein Video hochladen. Und wenn man dann halt noch wirklich gemeine, fordernde oder beleidigende Nachrichten dazu kriegt, dann vergeht es einem einfach. Also, jetzt mal wirklich ganz erlaubt gesagt, da hat man darauf keinen Bock, weil ihr habt sicherlich auch in den letzten Vlogs dann gesehen und gemerkt, die Strukturierung, die wir, Strukturierung, also, die es ja früher im Prinzip eigentlich nicht gab, hat sich halt trotzdem komplett verändert. Weißt du, da bist du im Video mit einem Blutdruck, Dauerblutdruck-Dings oder dann ist ständig einer von uns alleine oder, ja so, so hat sich das halt alles irgendwie eingeschlichen und mit verändert. Und was dann halt eben letzten Endes dazu geführt hat, dass man komplett verschobene, also nicht verschobene, sondern einfach andere Prioritäten hatte und es gar nicht mehr so großartig zu der Gelegenheit überhaupt kam, zu sagen, hey, heute machen wir mal ein Video. Weil, und das handhaben wir schon immer und auch immer noch so, wir filmen nur, wenn es, also, wenn uns danach ist, wenn es sozusagen allen gut geht, beziehungsweise, ja, wenn, weiß ich nicht, wenn man das irgendwie vertreten kann. Und, äh, deswegen filmen wir auch nie, wenn die Kinder gerade einen Wutanfall haben oder so, weil dann will man bei den Kindern sein. Und genau so, äh, hat sich das halt so auch eingeschlichen. Man will voll und ganz einfach für die Situation da sein, für dich da sein, für die Kinder da sein, die, mit denen du vielleicht gerade nichts machen konntest. und, äh, da hat sich das halt alles so ergeben. Beziehungsweise eben nicht ergeben. Ja. Und, äh, ja, wie gesagt, und dann kommen halt noch so, solche Sachen dazu, wie diese, wie Vorwürfe und sowas. Und das Ding ist halt, Ja, sag doch mal was für Vorwürfe, damit ich das ja auch noch verstehe. Zum Beispiel, äh, man wäre, man, wir hätten, wir würden, äh, wie hat das eine geschrieben? Ich versuche mich an den Wortlaut zu erinnern, weil das klang so fies, dass es echt unfassbar wäre, dass wir nicht mal ein kleines Statement abgeben, was, äh, los ist. Wir alle sozusagen im Stich lassen würden, ähm, wir die ganzen Leute nur ausgenutzt hätten und, äh, sobald wir keine Lust mehr hätten, lassen wir die halt alle fallen und alle zappen im Dunkeln und sowas, wo ich mir halt denke, naja, also wir waren ja wenigstens auf Instagram aktiv und man kann uns dort auch verfolgen, dadurch, dass wir öffentliche Profile haben, wenn man keinen eigenen Account hat. Also, es gibt schon Möglichkeiten oder man hätte einfach eine kurze E-Mail geschrieben, das haben auch einige von euch gemacht. Und wisst ihr, wenn da am anderen Ende der Leitung jemand sitzt, dem es entweder richtig scheiße geht oder der, der sich einfach mit richtig scheiße fühlt, dann kann man das nicht ertragen. Und, äh, genau, also die Leute, die sich getraut haben, öffentliche Kommentare zu schreiben, die waren halt wirklich nett, aber die Leute, die halt wirklich, äh, sauer waren, aggressiv waren, oder einfach ihren Frust mal abladen wollten, die schreiben natürlich privat und es ist für euch nicht ersichtlich. Deswegen habe ich jetzt einfach nur gesagt, kommt das eben noch on top dazu. So, müssen wir mal kurz, äh, eine neue Dings starten. Ich glaube, damit haben wir jetzt irgendwie erst mal hinreichend erklärt, warum wir, äh... Es hatte keine bösen Absichten euch gegenüber, wirklich nicht. Es ist aber auch einfach so, dass ich niemals was über dich gesagt hätte, solange du nicht selber damit anfängst. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich, äh, auf einige Nachrichten dann halt einfach keine Antwort geben konnte oder wollte. Weil das nicht meine Aufgabe ist, beziehungsweise auch nicht mein Recht ist, da zu erzählen, was los ist oder was nicht los ist. Und, ähm, ja, genau. Ich glaube, das ist halt insgesamt so der Überblick. Kein grober, aber, ja, es ist einfach nicht, es ist einfach nicht leicht gewesen. Ja. Und auch wenn viele sich jetzt denken, hä, was, das soll der Grund gewesen sein, kann ich mir auch vorstellen, weil sich jetzt unterm Strich vielleicht irgendjemand denkt, naja, okay, gut, aber ist ja eigentlich gesund. Hm. Körperlich? Ist es, steht man, also, weiß ich nicht. Es ist aber auch völlig egal, weil, es ist auch so schwer in Worte zu fassen. Nein, es ist aber auch völlig egal, weil abgesehen davon, ähm, dass manche das vielleicht nicht verstehen, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, ich habe, hätte das auch vorher schwer nachempfinden können. Und jetzt habe ich zum Beispiel ein Bewusstsein dafür, wenn manche Leute eben sagen, äh, mir geht's nicht so gut, ich will irgendwo nicht hingehen oder sowas, jetzt verstehe ich das halt ganz anders, weil ich frage, weil ich kann jetzt so ein bisschen nachvollziehen, wie es Menschen geht, die halt wirklich was, also, wirklich was haben wir jetzt wieder falsch, aber, ähm, ich stelle mir jetzt vor, jemand hat tatsächlich irgendwie eine verminderte Herzleistung oder irgend sowas. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie oft ich irgendwie im Alltag durchs Leben gehe und mir denke, ach, warum hat denn der jetzt so schlechte Laune oder sowas, ähm, jetzt kann ich das nachempfinden, weil, wie oft war ich tatsächlich richtig schlecht gelaunt. Das hat aber selten was mit den Menschen in meiner Umgebung zu tun gehabt, äh, zu tun gehabt, sondern meistens nur mit mir. Wenn wir zum Beispiel draußen unterwegs waren oder sowas und wir wollten nach Hause und dann hat Anna noch mal kurz an dem Ladenfenster angehalten, weil sie irgendwas gucken wollte oder sowas, war ich halt richtig genervt. Ähm, aber nicht eigentlich dafür, dass Anna da reinguckt oder so, sondern, ähm, weil ich wollte immer, ich wollte immer nach Hause. Ja, du wolltest in Sicherheit sein und das ist ja absolut nachvollziehbar. Ja, was heißt Sicherheit? Ich wollte immer irgendwo hingehen, ähm, wo ich nicht auffalle oder so. Also, wo, weißt du, wenn ich hier zu Hause abklappe oder so, dann findest mich halt du. Dann wäre das für mich in Ordnung gewesen. Ich wollte aber nicht irgendwie noch Aufsehen erregen und in der Öffentlichkeit sterben. Das, das waren meine Gedanken. Ich bin, ich bin einkaufen gegangen irgendwie, bin da im Supermarkt und, ähm, während ich ins Regal fasse und irgendwie eine Maisdose rausholte, denke ich mir so, okay, jetzt musst du aber langsam mal fertig werden, äh, damit du rechtzeitig nach Hause kommst zum, zum Sterben. Es ist total bescheuert und es gab immer nur dieses, dieses binäre Denken. Also entweder geht's mir gerade gut und ich merke nichts oder ich sterbe gleich. Und dazwischen war irgendwie nichts. Und man, das, das überträgt sich natürlich. Auch wenn man, also auch wenn das jetzt nicht so offensichtlich ist, dass meinetwegen, äh, du genervt bist oder sowas und, äh, davon bin ich plötzlich auch genervt, sondern es überträgt sich so, so unterschwellig. Auf, die ganze Stimmung war immer, also war so gereizt und man ist ganz schnell hochgefahren, weil man halt permanent wirklich im Kopf damit beschäftigt war, sich Gedanken zu machen und zwar jeder für sich. Und es war dann auch so, dass, ähm, wir natürlich auch den, oder ich vor allem, den Kindern gegenüber auch gereizt war und, ähm, wenn die dann irgendwas von mir wollten oder sowas und ich hab halt gesagt, nein, ich kann jetzt gerade nicht, weil ich gerade einfach mit mir beschäftigt war und die dann noch dreimal fragen, aber warum, ob ich möchte jetzt dies und das und ich, und ich sag dann immer, nein, ich kann jetzt aber nicht und dann, dann, dann kam halt Anna mir irgendwie zur Hilfe und hat halt dann einfach gesagt, komm, wir gehen jetzt mal woanders hin oder irgend sowas und, ähm, das hat halt auch dazu geführt, dass Anna halt auch permanent mit was anderen beschäftigt war und jetzt nicht noch irgendwie Videos machen konnte oder so. Ja. Glaube ich schon. Und, aber ganz abgesehen davon, da wollte ich eigentlich hinaus, ganz abgesehen davon, sind wir, also ist ja auch niemand von uns verpflichtet, irgendwie eine Leistung zu erbringen gegenüber jemandem, der kostenlose Videos auf YouTube angucken kann. Ja, ich weiß, das sehen halt nur einige anders. Aber das war ja, war und ist schon immer so und ich denke, das ist auch in Ordnung, dass man da verschiedene Ansichten hat und es gibt auch ganz sicher, ähm, YouTuber oder YouTube-Familien oder Muttis oder keine Ahnung was, ähm, die dieses Gefühl auch haben. für die das, für die das auch wirklich so ist, dass sie, du hast hier eine Wimper, ähm, dass, dass sie sich denken, ich muss das machen und ich möchte das und die kriegen das dann auch hin, weil das halt einfach komplett verschiedene Ansichten sind von dieser Art von Tätigkeit. Genauso wie man auch in anderen Jobs und Berufen verschiedene Ansichten von ja, aber das ist ja, das ist ja auch in Ordnung, aber ich meine nur, das dann als Forderung zu machen, ist halt nicht so wirklich richtig. Ja, für mich ist das auch nicht nachvollziehbar. Okay, so. Gut, äh, wie geht's jetzt weiter? Ja, ähm, es ist ja bald Freitag. Es ist ja bald Freitag, das heißt, ihr könnt uns Fragen stellen. Wir wollen nämlich gern wieder einen Fragen-Freitag machen. Ähm, genau, und wir wollen, oder, mein Reflex funktioniert voll, merkst du. Und, ähm, ich würde gern halt wieder mehr schöne Sachen irgendwie zeigen, irgendwie, und thematisieren. Und, ähm, ja, ich weiß gerade gar nicht, wie ich es sagen soll. Also, wir haben gesagt, wir wollen schon weiterhin auch ab und zu mal einen Vlog machen, aber nicht mehr so in der Art und Weise, wie das beim letzten Mal war irgendwie, dass man jetzt sagt, so, jetzt, jetzt müssen wir wieder den ganzen Tag filmen. Jetzt, genau, und jetzt putzen wir, und jetzt holen wir die Kinder ab, und jetzt haben wir die Kinder abgeholt. Das wird sicherlich auch irgendwie vorkommen. und eben haben wir die Kinder abgeholt, und, ähm, jetzt gibt's Abendbrot, und jetzt gehen wir ins Bett, sondern, ähm, ja. Wir wissen es auch noch, also, ich weiß es auch noch nicht so genau. Na, wir müssen das mehr in unseren Alltag integrieren, aber, ähm, es wird so sein, wie das eigentlich von Anfang an war, nämlich, dass wir euch einfach mitnehmen, auf unseren Weg. Also, wir haben uns ja quasi die letzten sechseinhalb Jahre stetig immer wieder mal irgendwie verändert, sei es durch ein neues Kind, was dazu gekommen ist, sei es durch, ähm, keine Ahnung, dass Anna angefangen hat zu nähen, oder sei es dadurch, dass, ähm, ja, weiß nicht, was haben wir noch alles gemacht? Dass wir, ähm, bestimmte, was? Um, äh, umziehen oder irgend so was. Also, wir nehmen euch einfach weiterhin durch unser Leben mit, und das, was gerade in unserem Leben wichtig ist, und wo wir denken, das ist es wert, auch ein bisschen zu teilen oder sowas, das machen wir. Und so ähnlich, wie, äh, das jetzt auch war, dass ich euch jetzt einfach mal ganz kurz so mitnehme, in dieser, in meine Erkrankungphase, keine Ahnung, wie ich es bezeichnen darf, ähm, weil das halt auch einfach ein Teil war, von, oder ist, von meinem und unserem Leben. So werden wir euch in alle möglichen anderen Bereiche mitnehmen. Genau, wir wollen uns einfach nicht unter Druck setzen und auch nicht unter Druck setzen lassen. Und ich glaube, dass das, äh, bei mir innerlich halt, äh, ganz doll passiert ist, während es dir nicht so gut ging, dass ich immer dachte, oh, eigentlich müsstest du jetzt mal und was machst du jetzt so auf die Schnelle und jetzt drehst du mal schnell noch im Vlog. Ich habe so viel angefangen zu drehen, das ist unfassbar, was ich auf meinen Speicherkarten gesammelt habe, äh, wo ich dachte, okay, damit du da jetzt wirklich mal wieder anfängst, aber nicht, weil ich wollte, weil ich dachte, das ist schön, das, äh, das möchte ich gerne teilen, sondern eher, weil ich dachte, boah, du musst jetzt mal wieder auch was machen. ähm, also, weil, ich bin ja diejenige, der es eigentlich gut geht, weißt du, und, und, wenn es dir schon so schlecht ging, muss ich doch wenigstens dafür sorgen, dass hier irgendwas läuft. Und genau das hat mich aber total unter Druck gesetzt und mich total demotiviert. Also, es war genau das Gegenteil von dem, was ich erreichen und machen wollte. Und ich glaube aber dadurch, dass wir jetzt diesen, über diesen Knackpunkt gegangen sind, wo und wann auch immer der war, äh, ist es jetzt halt wirklich, es fühlt sich auch jetzt schon total anders an. Und, ähm, was ich auch noch sagen wollte? Das ist uns halt auch einfach, also, wir zwei so als Paar, dass es uns besser geht. Ja, keine Ahnung. Ich hab das ja fast weggeschmissen. Ich glaub, ich muss es mal hinstellen. Sonst heißt es wieder, der Becher nervt. Früher warst du es immer mit deiner Uhr. Ich hab, äh, ich hab das auch auf Instagram schon geschrieben. Ähm, ich glaube, man kann es sogar fast so bezeichnen, dass wir eine, eine neue Art von Partnerschaft irgendwie haben. Ja. Und, ähm, das ist das, was so, was so, so komisch war, was diese Diskrepanz, war. Also, ich hab so viele negative Sachen irgendwie gefühlt die ganze Zeit. Dabei hast du eigentlich die ganze Zeit an positiven Dingen gesessen? Eigentlich ist, eigentlich ist alles immer besser geworden. Jedenfalls, jedenfalls bei, bei mir so. Also, ihr habt das ja vielleicht mitbekommen über, die letzten Monate. Ich hab mich relativ viel irgendwie mit, so, zu Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich hab, in meiner Elternzeit wollte ich ja solche Sachen machen, wie mehr lesen, mehr Ruhe, mehr mit mir selbst beschäftigen und sowas, mehr Wissen, was möchte ich eigentlich in meinem Leben so erreichen und sowas. Und das hab ich halt nach und nach gemacht und hab auch ziemlich viel davon irgendwie etablieren können in meinem Alltag. Und, dadurch, dass ich aber so verkopft war irgendwie, konnte ich das gar nicht wahrnehmen. Was wir zum Beispiel auch gemacht haben, ist eben, uns mit uns als Paar zu beschäftigen. Ja, weil man da total untergegangen ist. Genau. Weil, ja, ist ja logisch, drei Kinder und sowas und, man, oder wir haben uns oft ein bisschen vergessen und wir rutschen ja ganz oft da irgendwie in unsere Gewohnheiten rein. Vielleicht kennt ihr das von euch selbst, dass ihr dann irgendwie abends, jeden Abend vor dem Fernseher euch wiederfindet oder so und euch gar nicht mehr so richtig mit euch selbst beschäftigt. Und das ist uns halt auch ganz krass passiert, fand ich. Also, wir haben viele, viele Abende irgendwie im Bett gelegen, nebeneinander. Jeder hat in seinem Handy geguckt. Ich hab einen Film geguckt, Anna hat irgendeine YouTube-Videos geguckt oder so und dann irgendwann abends sagt man, okay, ich bin jetzt müde, ich schlafe jetzt Nacht. Und das, obwohl man eigentlich von Anfang an gesagt hat, das wollen wir so überhaupt nicht. Und dann ist, und jetzt wird's, weiß ich nicht, ob das jetzt schon was, bisschen spirituell oder esoterisch oder sowas wird, aber, wir hatten mal vor, Jahren schon mittlerweile, eine kleine Kooperation mit Niklas Löwenstein, Buchautor, der uns, Ihr erinnert euch vielleicht an das. der uns die 36 Fragen an die Liebe geschickt hat. Das war mal vor Valentintag. Genau, und wir haben damals das so gemacht, haben da so verschiedene Fragen beantwortet. Ja, da steht irgendwie drin, wo siehst du uns in fünf Jahren, angenommen, du könntest eine Zeit, also in die Vergangenheit machen und bestimmte Situationen beändern, was würdest du ändern und so. und abwechselnd beantworten das quasi beide Partner. Also einmal du und einmal ich. Und einfach damit man sich mal so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt und mal guckt, wo stehen wir eigentlich und sowas. Und dieser Autor hat dann ein zweites Buch geschrieben, nämlich ein Partnerschaftsjournal quasi, das heißt Zurück auf Wolke 7. Und da hat er gefragt, ja, wollt ihr das vielleicht machen? Und wir haben gesagt, ja, klar. und daraus ist eine Kooperation entstanden, das war im April, glaube ich, das war ja, es ist ja, also es gab ja noch nichts, also wir haben das abgesprochen und wir haben gesagt, aber vorher müssen wir das natürlich ausprobieren, bevor wir da irgendwas dazu sagen können und das ist jetzt kein Kooperationsvideo, aber das ist so krass, dass das vor Monaten wirklich, ich glaube, es war Anfang des Jahres oder so, das muss ja irgendwann vor dem Sommer gewesen sein, also weit vor dem Sommer ja eigentlich. Ja, aber wir haben das schon mit einem Kooperationsgedanken erstmal gemacht, also da kam eine Anfrage, wir haben gesagt, ja, klar, drei Kinder, also es beschäftigt sich oder es ist quasi für spezialisiert, für Eltern, Paare mit Kindern, die sich so ein bisschen aus den Augen verloren haben, vielleicht im Alltag und wir haben gesagt, ja, okay, das passt ja eigentlich thematisch ganz gut und haben das erstmal gemacht und wir haben dann ganz fleißig da unsere Journale ausgefüllt, jeden Tag fünf Minuten nimmt man sich da und macht das halt einfach und ja, haben das halt nach und nach gemacht und aber nichts weiter dabei gedacht irgendwie. und mit zurückblicken. So, und das Ding stand immer auf dem Gästeklob. Ich bin der einzige Mensch, der bei uns das Gästeklob ist. und da stand das Buch, weil dort habe ich, dort habe ich immer in das Journal eingeschrieben und dann habe ich das irgendwann aus den Augen verloren und jetzt dachte ich, saß ich neulich da, warum auch immer, nehme das Buch aus dem Regal, blätter da nochmal so durch und ganz hinten ist ein Fazit und ich habe vergessen, das zu machen, auszufüllen und das Fazit ist quasi eine Reflexion, also man macht das am Anfang des Buches, wo möchte man gerne hin, also wie ist es und wo möchte man gerne hin und dann am Ende muss man quasi gucken, sind wir da hingekommen und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, ey scheiße, wir sind genau da hingekommen, wo wir eigentlich hin wollten. Das ist einfach so passiert irgendwie. Das ist so im Nachhinein ist das wie so ein Puzzle, bei dem so ein paar Teile noch gefehlt haben und diese Teile findet man jetzt so nach und nach meinetwegen unter dem Sofa oder so, wo man halt vorher... Genau. Und ich habe zum Beispiel die ganze Zeit gedacht, es gibt nichts Schönes und nichts Gutes in meinem Leben oder sowas und dann gucke ich da rein und denke mir, na klar, unsere Beziehung hat solche Fortschritte gemacht, auch vielleicht auch sogar dadurch, also dadurch, dass wir irgendwie festgestellt haben, oh, es kann auch ganz schnell ganz anders sein oder so und wir haben den Fokus einfach ganz anders gelegt. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal tatsächlich abends vor dem Fernseher saßen. Das lange Jahr. Also klar, wenn wir was zusammen gucken tatsächlich. Also ja, wenn wir jetzt um die Joko gegen ein Glas gucken oder sowas, dann ist das was, woran wir einfach unheimlich viel Spaß haben. Dann gucken wir das aber zusammen und machen das mehr oder weniger interaktiv. Aber ansonsten beschäftigen wir uns einfach ganz, ganz anders mit uns und nehmen uns ganz anders wahr. Und daran hat zum Beispiel das einen Einfluss, genauso wie manche andere Sachen, die ich so gemacht habe. Ich war auf Seminaren, habe Vorträge besucht und so weiter und das hat, glaube ich, ganz, ganz viel gemacht und jetzt weiß ich wieder, jetzt bringe ich das quasi zusammen, dass ich merke, okay, es gibt ganz viel Gutes und es geht eigentlich nach vorne und nicht zurück. Und das, genau das wollen wir versuchen, jetzt hier mit einzubringen. Mollen wir auch auf unseren YouTube-Kanal übertragen? Ja. Weil nämlich, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen draußen, die ein ähnliches Problem haben. wenn auch noch nicht irgendwie so eine Angststörung oder irgend sowas, aber einfach... Das muss auch um Himmels Willen nicht jetzt bei allen kommen, die in Elternzeit gehen. Nein. Aber so in Elternzeit ist schon was, wo man sich ja mehr mit sich selbst beschäftigt manchmal, wo man vielleicht ein bisschen zur Ruhe kommt, einfach mal raustritt aus seinem eigenen Alltag und das habe ich halt gemerkt. und plötzlich kamen halt Dinge hoch, die irgendwo in mir geschlummert haben wahrscheinlich und ja, aber was ich jedenfalls sagen wollte, es gibt bestimmt draußen ganz viele Leute, die in so einer ähnlichen, ja, manchmal aussichtslosen, hoffnungslosen oder traurigen Grundstimmung sind, was kein Wunder ist, wenn man sich anguckt, was halt wir so im Alltag alles erleben, an Nachrichten und Gesprächen und sowas. Ja, und deswegen wollen wir halt einfach das machen, was wir von Anfang an gemacht haben, nämlich ein positiver Leuchtturm sein. Und das nicht jetzt im Sinne von alles ist schön und wir blenden alles negativ aus, sondern es gibt nichts unrealistisch Schönes. sondern es gibt negative Sachen, ja, natürlich. Das wissen wir auch und das verdrängen wir auch nicht. Also wir sagen ja jetzt nicht, das gibt es alles nicht, sondern wir den Fokus anders zu setzen, das ist so. Ich habe, oh, jetzt kriege ich schon wieder eine Gänsehaut. Aber ich habe auf dem Bücherflohmarkt ein Buch rausgeholt aus so einer Kiste von Eckart von Hirschhausen und eigentlich lese ich solche Bücher nicht, weil das, was irgendwie so Mainstream ist, was irgendwie Spiegel Bestesaller ist und sowas, da denke ich mir meistens, nee, hast du eigentlich keinen Bock drauf, das zu lesen. Und ich habe es auch mitgenommen, weil es war 50 Cent oder sowas hat das gekostet und das war Glück kommt selten allein. Und da gibt es ein Zitat, ich glaube, das steht ganz am Anfang vom Buch oder ganz am Ende, weiß ich nicht. Das heißt, das Leben ist nicht, wie es ist, sondern wie wir sind. Und da steckt so viel drin, weil es ist ja tatsächlich so, wenn wir die ganze Zeit negativ sind und das auch irgendwie nach außen verkaufen, dann, also angenommen, wir wären das jetzt, dann würden das jetzt diese, weiß nicht, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.000 Menschen, je nachdem, wie viele das Video sehen, würden das sehen und würden sich denken, boah, die Welt ist ja wirklich schlecht. Und je öfter wir irgendwie negative Nachrichten und sowas sehen, desto öfter oder desto mehr verankern wir das natürlich auch in uns selbst. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir eigentlich auch die guten, oder einfach auch die guten Sachen, die es halt definitiv gibt, sichtbar machen. Und hervorheben. Und hervorheben. Und das wieder zeigen. Und genauso, wie wir das früher gemacht haben, als ganz junge, frische Eltern, so wollen wir das halt auch jetzt machen. Ja. Weil nur, weil man drei Kinder hat und lange zusammen ist oder sowas, muss das ja nicht heißen, dass man sich irgendwie, weiß ich nicht, verliert oder nichts mehr zu sagen hat oder dass alles blöd wird, weil ich glaube, wir können sagen, dass es gerade viel besser wird, als es jemals war. Wo muss ich Sex haben? Du bist echt doof. So. Okay. Das war jetzt so romantisch. Das ist jetzt das Schlusswort. Ja. Ja. Krass, oder? Jetzt haben wir das Video getrennt. Und stellt uns gerne einfach, also gebt uns mal, also ja, schreibt einfach irgendwas unten. Oder ihr könnt auch Fragen stellen für den Fragenzweiten. Wir müssen eigentlich wieder uns ein Wort ausdenken, was die in die Kommentare schreiben, die bis zum Schluss drangeblieben sind. Ey, weißt du? Bananendose. Was? Bananendose. Die von Fackelmann, diese, also keine Werbung, aber die gibt es diese runden, also nicht die runden, sondern diese bananenförmigen Dosen. Oh, ich weiß. Wo aber nicht jede Banane reinpasst. Ja, so Frischhaltendosen, weil die nur in einem bestimmten Winkel gebogen sein darf, damit die da sind. Ja. Och ne, nicht schon wieder solche dummen Kommentare. Dabei war es nur immer Stehlampe, weil das die Leute bis zum Ende geguckt haben. So, also diesmal ist es Bananendose. Super, setzt sich durch. Und dann könnt ihr noch schreiben, ob ihr so eine Bananendose zu Hause habt oder nicht. Weil man muss ja immer irgendeine sinnlose Frage in einem Video stellen. Ja, aber die ist viel zu konkret. Du musst irgendwas fragen, was halt jeder mit Ja beantworten kann. So nach dem Motto. Habt ihr auch schon mal eine Banane probiert? Ja. Oder habt ihr auch schon mal, wisst ihr, wie eine Banane aussieht? Welche Farbe hat eine Banane? Könnt ihr ja immer sagen. Welche Farbe hat eine Euro-Banane zu Hause? Schreibt das dann mal gerne in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen hoch. Like und abonnieren. Hier oben könnt ihr abonnieren. Ich glaube, es ist unten. Stimmt. Es ist ja auch egal. Es driftet ab. Wir müssen jetzt ausmachen. Also Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wann auch immer das ist. Freitag. Wir hoffen bald. Freitag. Okay, Freitag. Ja, da muss aber erst noch der Akku ankommen, damit ich das Video hier überhaupt bearbeiten kann. Das musst du nicht bearbeiten. Und ganz ungeschnitten hochladen. Ja, und wie soll ich es hochladen? Na, von meinem Rechner. Tschüss. 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 Vielen Dank.